So, warme Timmer. Warte mal. Inventar. Kenn ich's blutige Kräle. So, komm, mein Freund. Wir gucken uns weiter um. Ich hab den Ordner auf und schon alle liegen können. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ja, wie geht hier? Da ist irgendwie ein Auto am Weg. Da ist irgendwie ein Auto am Weg. Ja. Ja, das ist schön. Das war's für heute. Dann fahr'n wir mal... Dann müssen wir ja sonst den Typen anlegen... Nein, nein, nein... Nein, nein, nein... Was willst du, Alter? Und ermeuchelt werden? Ah, klar... Was soll das, Mensch? Wie ist das, Alter? Ach, nein... Was soll ich? Frisch oder was? Ja, schluck... Hey! Ja! Noch einmal Butter Summer... Oh, es ist auf! Das Arschloch... Noch einmal Butter... Ha, 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 ha... Noch einmal Butter, Leute... Ja, noch einmal Butter, Leute... Ja, noch einmal Butter... Aber es ist noch einmal Butter... Ja, noch einmal Butter... Ja, noch einmal Butter... Ja... Ja, noch einmal Butter... Ja, noch einmal Butter... Ja, noch einmal Butter... Ja, noch einmal Butter... Was willst du, Alter? Ja, noch einmal Butter... Ja, noch einmal Butter... Warte, jetzt bin ich wieder Nachrichten... ...winde, wie du eine Ladung gaste drauf hast... Warte, wenn du so mal... Wenn man weiß, was kommt, ist es sogar noch lustiger. Gibt es Joswe Gasmasken kaufen? Komm, Bammers. Haben wir noch Kohle dafür? Kann man denn eine Polizeistation kriegen? Doch mal schon. Einmal was der Police Department. Da gibt es halt auch Gasmasken. Sind schon auf dem richtigen Weg. Mein Kleingeld. Mein Kleingeld. Ach, wir gehen mal zu schön. Na, mal Polizisten auf die Fresse, Alter. Oh, lebe, ach. Oh, lebe, ach. Dann nehmen wir mal Ausrüstung. Gasmasken, ja. Komm mit, Badass. Jetzt holen wir den Stürmel auf die Sch... Alter. Ach, es ist Holz. So, mein Freund. Wird's gemäuchelt. He he. Was ist denn den hier? Also. Oho, Hexiel Manifest. Hexiel Manifest. Was willst du? Jesus Christ! Und ein Mäuchen! Ein Mäuchen! So mein Aichler. So ist es so ein Brotter-Sremer? Aichler. So, Esoi, jetzt wollen wir dich hier erst mal halten. Lüschenbogen. Let's go, asshole! Was? Was willst du, Arschloch? Was bist du hier, ey? Was ist denn nochmal ein Candies mit dem Keuler-Marsch, ey? Wichser. Außerraubt, ja! Da liegt Stan! Da liegt... Warte mal. Erstmal hier Kohle mitnehmen. Geld ist unsere Macht. Was finden wir eigentlich? Natürlich. Oh, das wird zu still wie... Oh, was? Hey, I guess I hit it a little harder in the bars, Courtney. Thanks for waking me up, kid. You want Facebook? Ich bin auf Facebook, ja. Ich bin auf Facebook, ja. Also ein Sauerstoff, nicht im richtigen Leben. Meins. So, dann nehmen wir mal ein. Und dann nehmen wir mal ein. Wird ich noch leer? Ein Kopf mal... Ach, da können wir auch... Lass mal Geld klauen. Excuse me. Alles gut. Nur wenn du das ganze Kohle klauen, ey. Wie die Hinnerau. So, jetzt kommen wir, Penner. Jetzt bist du dran, halt, ja. Unsere Freunde bei dir? Nö. Doch. Kommt ihr, Hesel! Little Hesel! Ja, natürlich. Und das Penner. Boah, das ist eh. Das ist gut, Alter. Und das, Mensch. So, jetzt bist du noch angepisst, Alter. So, mein Freund, du wirst auch gemeuchelt. Tschüss. So, jetzt machen wir erstmal... ... 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 Nein. Jetzt sieht noch Gellas mit Gasmasker. Moinchen! Spannend, wenn du sie nicht machen. Es war die perfekte Frau, die ich gesehen habe. Wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen uns nicht mehr. Aber wir sehen uns nicht mehr. Der Mann sagt die Uhr, mal kurz einen Cut.